Hallo liebe Magnetologen und willkommen zu einem etwas größeren Magnext-Ding. Ich hatte ja letztens die kleine Raute, Stern hieß es glaube ich offiziell, und habe beschlossen, dass das Ding irgendwie absolut nicht zeigt, was diese Magnetsets können. Aber es gibt ja noch größere Sachen, zum Beispiel das hier. DFF-26 Megakonstrux Magnext. Dieser nette kleine Weltraum-Rover. Die haben bei der Serie eine große Betonung auf Weltraum, also auch der Rest sind oft so Weltraum-Raumschiffe und sowas. Auch hier seht ihr die Alternativmodelle, den UFO, eine Rakete, einen Roboter und wie immer man diese geometrische Form nennt. Ich glaube aber, die kann ich aus der... Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich glaube die Anleitung zu diesen Modellen ist nicht mit drin. Denn hier steht ja drunter Megakonstrux Beyonders, die Megakonstrux App. Das ist ein kleines Problem... Hier steht sogar noch Tablet only. Das ist noch ein größeres Problem. Das ist ein kleines Problem mit der App. Denn ich warte gerade auf eine neue SIM-Karte, weil mein altes Handy kaputt gegangen ist. Ich habe mir ein neues Handy geholt und meine SIM-Karte ist zu groß für den SIM-Karten-Slot des neuen Handys. Und jetzt musste ich eine neue SIM-Karte bestellen und deswegen kann ich momentan kein Telefon benutzen. Und ich glaube, das Tablet habe ich seit einem Jahr nicht mehr aufgeladen. Das liegt irgendwo. Okay, der Teil fällt also raus. Vergesst den. Schauen wir den Rest dann. Es soll einen solchen Rover geben. Hier seht ihr alles kompatibel mit... Brick-Compatible. 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 Brick-Compatible-Con-Lagreos. Da steht das nicht auf Deutsch, aber ist schon klar, was das heißt. Auch wegen dem Bild. Alles kompatibel mit normalen Klemmbausteinen, wie sich das für Megakonstrux ja auch gehört. Die sind ja problemlos mit allen anderen Marken zu verbauen. Alle anderen Standardmarken. Ja, 5 in 1, das fällt weg. 138 Teile. Er scheint nach relativ wenig Teilen dafür, dass das hier ein Set ist von um die 30 Euro. Ich habe keinen wirklichen Preis dafür gefunden. Ich weiß, dass der Amazon-Link, den ich reingepackt habe, 50 verkauft. Halte ich für deutlich, deutlich zu viel. Aber ich finde auch keinen anderen Link. Leider. Leider. Aber hey, ich werde mal gucken. Ich denke, es sind wenig Teile für die 30 Euro. Ja, aber es sind halt diese großen Teile mit den Magneten und so. Und ich glaube, am Ende das Modell wird ungefähr in der Größe hinkommen mit einem 20, 30 Euro Lego-Modell. Werde ich auch gleich vergleichen, denn wir haben hier noch den Lego City Weltraum-Rover hier. Der wird nachher im Vergleich auch auftauchen. Sieht Arsenio und Grün alles aus. Karton mit viel Blau. Wir haben an den Seiten sehr viel Text. Seguranza. Einen grünen Punkt. Sehr schön. Das sieht man, das wird auch von einem deutschen Markt gezielt gemacht. Ja, hier steht es mit Baustellen kombinierbar. Jetzt wissen wir sogar, was das bedeutet. Hier ist nichts außer dem Magnext-Logo. Und ja, hier auch. Magnext-Logo 5 in 1. Mag und Deckers. Romischerweise auf Deutsch heißt es Zettnack-Roboter. Überall anders heißt es Erforscher oder Entdecker. Hm. Na gut, schauen wir mal rein. Es ist ein Karton mit einer Aufklappklappe. Die ich natürlich nicht aufmachen kann, weil der Tisch nicht groß genug ist. Moment. Drehe ich den einfach mal um. Dann geht es wieder. So, was ist mir jetzt auf den Fuß gefallen? Ich glaube, das ist ein Teil von meinem... Äh, Moment. Ja, das stammt von einem Lego-Modell, das hier neben steht. Und... Oh. Der Aufklappkarton ist nochmal ein Aufklappkarton. Ähm. Das fühlt sich an, als wären die Kugeln hier drin. Okay, ist zugeklebt. Ja, da sind definitiv die Kugeln drin. Oh Gott, nein, nicht doppelt aufklappen. Das passt doch überhaupt nicht auf die Kamera. Die haben echt nicht an mein Video-Setup gedacht, als sie diese Verpackung entworfen haben. Oh Gott. Ah. Oh Gott, ist das alles unpraktisch hier für mich. Ah, so. Okay, geschafft. Und hier haben wir jetzt... Da ist nochmal eine Stange-Kugeln. Und dann haben wir mit Steinen. Wir haben die viereckigen Magnext-Elemente. Wir haben die dreieckigen Magnext-Elemente. Wir haben Steine in Neongrün und Violet. Ich glaube, da ist auch diese ungewöhnliche Klamperplatte. Ah, kann man die sehen? Ne, das sind normale 2x4-Steine. Ah doch, hier. Hier. Eine 2x4er mit 4 Noppen in der Mitte. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Gibt es, glaube ich, bei Lego nicht. Da ist nochmal, da haben wir zwei davon. Okay. Wir haben Räder. Wir haben noch ein paar viereckige Magnext-Teile. Wir haben kleinere Steinelemente. Technik-Pin im Neongrün. Okay. Wir haben eine Bauanleitung. Und noch einen Zettel da reingewutscht. Was soll das denn? Wieso ist da ein Zettel reingewüttelt? Addendum. Offenbar haben die bei der Bauanleitung was vergessen und das nachher als Zettel zugepackt. Okay. Das ist seltsam. Ich muss mal eben gucken, was das zu bedeuten hat. Ha. Okay, das verstehe ich schlicht und ergreifend nicht, was da passiert ist. Aber, ja, ansonsten haben wir eine Anleitung. Und, wie erwartet, die Anleitung ist nur für das Hauptmodell. Also dieses hier. Die anderen, wie zum Beispiel dieses hier, kriegt man dann über die App, was halt gerade ein... Nein, stimmt gar nicht. Das hier ist auch in der Anleitung. Sehr gut. Die Rakete und der Rover. Ja, die anderen geht es aber nur in der App. Das heißt, das ist ein 2 in 1 Set mit drei weiteren Modellen, wenn ihr denn die App habt, die ich, wie gesagt, gerade absolut nicht benutzen kann. Okay, ich begebe mich mal ins Aufbauen und um Gottes Willen werde diesen riesigen Karton... Ausflussmaßstab, der ist ziemlich genau genauso groß wie ein Illego Adventskalender-Karton. Nur, dass der halt noch größer wird, wenn man ihn ausfaltet. Ja, das Problem ja eben gesehen, um Gottes Willen. Einmal ausfalten ist ja okay, aber zweimal... Das war Chaos. Mal gucken, ob das Chaos weitergeht. Ich baue dann mal. Okay, es sind etwa 15 bis 20 Minuten später und wir haben unseren Rover, unser Expeditionsfahrzeug zusammen. Und ihr seht schon, es ist eine Menge an Teilen übrig. Eine Menge. Denn dieses Set ist definitiv nicht so aufgebaut wie bei den Lego Creator 3 in 1, wo dann ein Set fast alle Teile aufbraucht und der Rest viel übrig hat. Nein, es ist tatsächlich so, dass wohl immer relativ viel übrig ist, je nachdem, welches Modell man baut. Also es ist auf jeden Fall eine Teilegrube. Wir haben nämlich in diesem Fall, wenn wir den Rover bauen, drei so lila Flossen übrig. Die sind für die Rakete wohl hauptsächlich und ja, Floss in lila. Auf jeden Fall ganz nett. Wir haben sogar ein paar Magnetplatten, die dann immer so ein schönes Knubbel bilden. Über... Wir haben Stangen, Neon-Grün. Schöne Farbe, um sie für Stangen zu haben. 2x1 Jumper. 2x2 Stücke mit Barren. So ein Cockpit-Teil hier. Oh, noch eine Neon-Grüne Stange. Na, Cockpit-Teil hier in Neon-Grün. Das ist, glaube ich, sehr interessant für Leute, die selbst was bauen wollen. Kleines Flugzeug oder so. Was auch immer das hier ist. Oder das hier. Große Gitter. Sehr schön. Und... 2x4 normale Platte. Und eine von diesen lustigen Mega-Blocks-Jumper-Platten. Und dann haben wir den Rover. Und ich sage gleich, ich werde den nicht wieder auseinanderbauen. Die Teile... Achso, genau. Und 5 Kugeln. Die Kugeln... Stahlkugeln... ...sind nicht magnetisch. Juhu. Ähm... Die sind nicht magnetisch. Das sind einfache... Vermutlich Edelstahl-Kugeln. Die Magnete sind ausschließlich hier drin. Aber... Ja, funktioniert nicht. Schön, dass wir 5 übrig haben. Was auch immer ich damit mache. Ich werde wahrscheinlich in meiner... Sammlung... Ja, die sind zwar halb magnetisch. Wobei, die sind wahrscheinlich deswegen jetzt magnetisch. Die halten ein bisschen zusammen. Weil die halt hier dran waren. Damit haben die ein bisschen Magnetkraft bekommen. Wird sich wahrscheinlich relativ schnell auch wieder erledigt haben. Aber sie sind so... Auf jeden Fall nicht so stark magnetisch, dass sie irgendwie zusammenhalten würden. Ja, die sind nicht so stark, dass eine Kugel... die andere halten kann. Dafür muss sie dann mal so einen Magneten ran. Und dann kriegt sie ein stärkeres Magnetfeld. Ihr wisst, wie Magneten funktionieren. Oder auch nicht, wenn man der YouTube-Musik glauben darf. Der Punkt ist... Magnete. Keine Magnete. Einfach nur Stahlkugeln. Edelstahl. Ich hoffe jedenfalls, dass Edelstahl ist, damit es nicht rostet. Aber ich glaube schon. Ja, und dann haben wir dieses Ding. Die Bauweise erstmal ist ganz interessant. Und zwar baut man zunächst mal das Gerüst hier aus diesen magnetischen Platten zusammen. Ohne irgendwelche Sachen dran. Einfach nur das Gerüst. Und baut das im Grunde platt. Und klappt es dann zusammen, dass man diese Grundform erhält. Interessanterweise wird auch den größten Teil des Baus auf dem Kopf rumgebaut. Also wirklich so rum, bis dann halt die Räder dran kommen. Und dann erst dreht man es um. Das hat mich überrascht. Weil ich hatte wirklich... Ja, ich hatte mich einfach überrascht. Ich hatte erst gedacht, dass sich das so nach unten neigt. Da dachte ich, ja komm, das passt halt. Das ist nach oben geneigt. Aber nein. Also die Bauweise ist ganz interessant. Wie gesagt, die werden erstmal zusammengebobbt. Aus den Platten und den Kugeln. Die Kugeln sind doch notwendig. Die Kugeln halten das Ganze in Form. Ohne die Kugeln verbinden sich die Magnete sonst wo. Die halten das Ganze in Form. Ja, dann wird es zusammengeklappt. Und dann werden die Platten einzeln rausgenommen. Immer die, die man gerade braucht. Und einzeln bebaut. Und dann wieder eingesteckt. Und so wird dann das Modell erstellt. Das ist ganz interessant. Das habe ich... Also so eine Bauweise habe ich nie gesehen. Macht aber durchaus Sinn, dadurch, dass man hier die Magnetverbindung hat. Und die Magnetverbindung halten sie halt nicht aus, wenn man entgegendrückt. Denn dann lösen die sich irgendwann und gehen nach... Irgendwo weg. Hauen nach innen ab. Der jetzt nicht, aber ist mir beim Hochheben auch schon passiert. Muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die so hochhebt oder so, immer so nehmen. Dann geht's. Interessanterweise, die Vorderachse ist beweglich. Alle anderen nicht. Die sitzt nämlich hier auf einem Gelenk. Gelenk auch aus interessanten Teilen. Das hier sind zweimal zweier. Die nur einen halben Block hoch sind. Und dann hier so eine Stange drin haben. Und das hier sind Doppelgreifer. Auch interessante Bauweise. Interessante Teile. Man muss nur immer den Winkel finden, unter dem das Ding dann auf den Boden... So. Jetzt haben sich alle sechs Räder den Boden. Was man dadurch natürlich machen kann, man kann es umschalten von einem Sechsradfahren auf ein Vierradfahren. So. Jetzt ist das Innerste nämlich nicht am Boden und bewegt sich nicht mit. Bisschen so wie LKW das ja auch haben. Wenn Sie Schwerlast fahren, senken Sie die mittlere Achse ab. Einige LKW. Ganz nett. Ihr seht, das rollt sehr gut. Die neongrünen Räder sind sowas von hässlich. Und nein, das ist alles nicht nachtleuchtend. Es ist einfach nur neongrün. Wir haben den Arm hier mit Krallen, die sich auch komplett bewegen lassen. Wunderbar. Der Arm geht halt nur vor, zurück und auf und ab. Zwei Gelenke. Kann man hier auch komplett einklappen. So. Wie die Fahrer aus dem Ding rausgucken, keine Ahnung. Gehen wir einfach davon aus, dass das Ding Roboter ist oder so. Die Schläuche hier sind doch ganz lustig. Ich habe keine Ahnung, was sie sollen. Aber sie sind da. Die sind nochmal ein bisschen Schmuck. Das hier war uns ein Problem. Die Ansätze der Schläuche hier. Hier ist so ein Loch hier in der Platte. Und die Ansatzteile, wo die Schläuche drauf kommen. Ihr seht, dass das Rakt so ein bisschen raus. Hat nicht wirklich in das Loch gepasst. Das Loch war ein bisschen eckig. Und die Teile waren rund. Leute. Das bringt mir einem zweijährigen Kind bei. Das hat der eckige, die nicht in der Runde gehört. Naja. Und dann haben wir hier hinten noch eine lustige kleine Tende. Bidl didl 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 didl. Sitzt auf einer dieser näheren grünen Stangen. Hier haben wir diese lustigen Mega-Blocks 2x2-Jumper. Mit der Einzel... Die sehe ich nur bei Mega-Blocks. Vor allem auch mit diesen runden Kanten. Und hier hat das Ding aus irgendwelchen Gründen nochmal Flügel. Das alles kann man auch bewegen. Das sitzt hier... Jetzt hier auf einem Gelenk. Das darf ich gleich wieder einsammeln. Ja. Und das ist unser Rover. Ach ja, genau. Mal der Vergleich zum Lego. Rover in derselben Preisklasse. Ne, 20,30. Passt tatsächlich. Also ich hätte wirklich gedacht, dass das dadurch, dass das ja so ein Magnet-Ding ist, dass das da auch entsprechend deutlich teurere Geschichte ist. Weil es was Neues ist mit Innovationen. Da muss man noch die Entwicklung quasi mitbezahlen. Die Dinger werden speziell nur für dieses Mega-Blocks-Thema hergestellt. Mega-Konstrucks-Thema. Aber... Nein. Das passt. Dadurch hat das natürlich deutlich mehr Spielwert. Das ist für Minifiguren ausgelegt. Da ist alles Mögliche dran beweglich. Das hier fährt halt hin und her. Aber es hat auch noch den Kranarm dran, mit dem man viel machen kann. Gut, dass das Ding hier hinten sich halt drehen kann. Ja. Meinetwegen. Aber... Ja. Das zeigt deutlich besser, was Magnext eigentlich kann. Ja, hier sieht man die Bauweise, um mal ein größeres Modell zu bauen. Wie gesagt, Platten und dann die Platten ausschmücken. Das ist der richtige Einstieg. Das ist brauchbar. Ist leider auch das größte Set. Aber hier hat Mega-Konstrucks das definitiv richtig gemacht. Morgen geht es zurück zu Lego. Bis dahin. Ach so, kurzer Nachtrag. Ich werde die anderen Modellen nicht zeigen. Ich kann ja sowieso nur die Rakete zusammenbauen. Die anderen, wie gesagt, müsste ich die App für haben. Das viel größere Problem ist, die Teile sitzen teilweise so bombenfest, das baue ich so schnell nicht wieder auseinander. Also die Magnetdinger, kein Ding, ne? Zack, zack, auseinandergenommen. Die Klemmbausteine hier drin, gerade die Platten, sind so fest miteinander verbunden, das wird ein bisschen aufwendig, die auseinanderzunehmen. Ich glaube, das lasse ich vorerst. Und der darf dann erstmal so zusammenbleiben. Aber deswegen, ich meine, ihr seht, das Ding ist nett. Ich kann ja auch nochmal eben das Bild von dem anderen, wo die Anleitung mit bei ist, zeigen, das war er hier. So eine kleine Rakete mit einem Raumschiff hinten drauf. Sieht auch ganz nett, das wird er auch, glaube ich, gar nicht ins Bild passen, weil das Ding so unglaublich hoch ist. Ist, glaube ich, jetzt nicht so viel Bewegung drin, wie halt in unserem Rover hier mit seinem schönen Greifarm. Das hat er ja ein Standmodell. Ich glaube, dafür ist er auch nicht wirklich hübsch genug als Standmodell. Na ja, viel zu spielen als Hintergrund, so eine Raketenabschussrampe oder so. Da ist das in Ordnung. Nicht unbedingt das schönste. Regalmodell, da ist, den Ringer ist weg, da ist eh schon deutlich brauchbarer, wenn man denn das Neon-Grün mag. Muss man mögen. Muss man definitiv mögen. Und dann gab es ja noch diesen Zettel, dieses Addendum. Und jetzt habe ich endlich herausgefunden, warum der da ist. Der ist nämlich identisch in der Anleitung zu der normalen Anleitung. Aber die Bauschritte 10, 12 und Bauschritte 6 bei der Rakete sind nochmal anders dargestellt, dass man besser sieht, wo die Platten hier an das Teil kommen. Das ist der Sinn von dem Addendum. Also, Anleitung ist auch mit oder ohne identisch. Der Zettel hier beigelegt ist, zeigt nur nochmal etwas besser, wo die Platten genau hinkommen, damit man sich da nicht verbaut. Denn, wie gesagt, die sitzen sehr, sehr fest. Wenn man sich da verbaut, dann hat man erstmal einen kleinen Kraftakt vor sich, die wieder auseinander zu bekommen. Okay, nur aber bis dahin. One mal zwei mal drei mal drei mal. dos Vielen Dank.